In einer neuen Reaction. Hey Leute, ähm, wie kommt es in einer neuen Reaction? Das ist gerade so lustig. Es ist einfach so viele Disserts, obwohl es so dumm ist einfach. Es geht nur 2 Minuten 29 von dem YouTuber Kyla Hildenbrand. Also lass uns loslegen. Das wird bei 1 Minute 55 oder so witzig. Okay. 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 Das ist so lustig, weil ich hier gerade Blut habe. Es ist echt zu sein. Ich glaube nicht, ich komme. Okay, das ist irgendwie so komisch einfach. Okay.